Hi, hier ist wieder Dr. Stefan Helker mit einer neuen Folge Implantatalk. Wir wollen uns heute mit dem Thema Kronen, Brücken und vor allem mit festsitzendem Zahnersatz auf Implantaten befassen. Also wie viele Implantate brauche ich, welche Voraussetzungen sind gegeben oder müssen gegeben sein, um wirklich festsitzenden Zahnersatz zu machen. Eine eigene Folge wird es sein, wenn es um herausnehmbaren Zahnersatz geht, heute geht es aber um festsitzend. Da wir uns in der letzten Folge so ein bisschen mit Kronen und Brücken befasst haben, geht es heute so ein bisschen um diese Versorgung, was ist, wenn ich gar keine Zähne mehr habe. Also was brauche ich, um wieder feste Kronen oder feste Brücken auf Implantaten bei mir machen zu können. Zum einen brauche ich natürlich osseointegrierte Implantate, das heißt Implantate, die gut eingeheilt sind und ich brauche davon eine genügend große Anzahl. Wie groß ist diese Anzahl jetzt? Eine Faustregel kann man im Prinzip sagen, wenn mir jetzt nur einzelne Zähne fehlen, brauche ich ein Implantat für eine Lücke. Wenn zwei oder drei Zähne fehlen, dann brauche ich zwei Implantate. Also ich kann zum Beispiel drei Zähne mit einer Implantatbrücke, also zwei Implantaten versorgen. Grob kann man allerdings sagen, wenn jetzt alle Zähne fehlen, brauche ich pro Lücke immer ein Implantat. Das heißt, man kann sagen Implantat, Lücke, Implantat, Lücke, Implantat, Lücke und so weiter. Je nachdem, wie viele Zähne ich ersetzen will. Da man im Oberkiefer oder im Unterkiefer eigentlich davon ausgeht, dass man mindestens sechs Zähne pro Seite braucht, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, brauche ich sechs Implantate pro Kiefer. Jetzt gibt es natürlich Unterschiede. Man darf das Ganze nicht so stringent sehen, nicht so hart sehen. Natürlich kann es sein, dass wenn wenig Knochen da ist, wenn der Knochen sehr weich ist, dass man häufig auch etwas mehr braucht. Also es kann auch sein, dass man acht Implantate pro Kiefer braucht und es gibt auch spezielle Konzepte, sogenannte All-on-Four-Konzept, was vielleicht einige von euch schon mal gehört haben, die auch auf vier Implantaten funktionieren. Dafür müssen allerdings wieder ganz spezielle Gegebenheiten da sein und darauf gehen wir auf jeden Fall in einer eigenen Folge nochmal ein auf dieses Konzept All-on-Four. Jetzt kann man natürlich vorher eine vernünftige Diagnostik machen, gegebenenfalls mit einem 3D-Bild. Und dann kann man im Vorhinein schon planen, wie viele Implantate brauche ich für meinen festsitzenden Zahnersatz. Ja, jetzt müssen wir darüber reden, können wir nicht auch Zähne mit Implantaten verbinden? Das heißt, mir fehlt zum Beispiel ganz hinten der 6er und der 5er, also der 6. Zahn von hinten oder der 1. Zahn von hinten und der 5. Zahn von hinten. Und ich habe aber noch den 4er. Jetzt kann man ja sagen, wir nehmen den 4er als Krone, machen den 5er als Brückenglied und setzen in der 6. Region ein Implantat. Das wurde früher auch sehr häufig gemacht, das nannte sich dann Hybridbrücke. Es gibt auch noch einige Behandler, die das heute noch machen. Allerdings sind die Studien da ziemlich eindeutig, dass das nicht so gut funktioniert. Warum ist das so? Zähne haben immer eine gewisse Beweglichkeit im Knochen. Das heißt, wenn eine Belastung auf den Zahn kommt, dann ist der nicht ganz stark im Knochen aufgehängt, sondern der hat das sogenannte Desmodont. Und dieses Desmodont fängt die Kräfte von oben auf und federt den Zahn so ein bisschen ab wie ein Airbag. Das Implantat hingegen hat dieses Desmodont nun mal nicht. Und dementsprechend ist das Implantat ganz hart mit dem Knochen verbunden. Und jetzt kann man sich selber eigentlich logisch herleiten, warum das nicht so gut funktioniert. Wenn ich jetzt eine starre Verbindung eingehe mit dem Implantat in den Knochen und habe auf der anderen Seite einen Zahn, der sich eigentlich gerne bewegen möchte und verbinde die beiden miteinander, dann habe ich hier eine Verbindung, die ständig Kräfte kriegt, dadurch, dass sich der Zahn bewegt und habe hier nicht mehr so viel Bewegung, weil die hier ja festgehalten wird. Und das führt dann eben im Knochen zu schlechten Belastungen. Der Zahn, der fühlt sich nicht mehr wohl und geht dann häufig verloren bzw. das Implantat kriegt falsche Bewegungskräfte und hat dann eben nicht mehr die gleiche Langlebigkeit, wie es ist, wenn man eine rein implantatgetragene Brücke macht. Von daher machen wir diese Hybridkonstruktion nicht, sondern wir machen rein implantatgetragenen Zahnersatz und der hat dann auch die optimale Lebensdauer. Wenn es jetzt dann dazu kommt, dass du sechs Implantate gesetzt hast und machst eine festsitzende Brücke auf diese Implantate drauf, dann kannst du im Prinzip genauso kauen, als hättest du eigene Zähne. Dementsprechend ist der Komfort im Verhältnis zu einem herausnehmbaren Zahnersatz für viele Patienten nochmal ein Stückchen höher, wohingegen in der nächsten Woche es um den herausnehmbaren Zahnersatz gehen wird. Dafür müssen natürlich wieder ganz gewisse Voraussetzungen gegeben sein für einen festsitzenden Zahnersatz. Wenn jetzt zum Beispiel Knochenabbau da ist, dann muss man eben auch häufig auf den herausnehmbaren Zahnersatz und darum möchten wir nächste Woche dem Ganzen eine eigene Folge widmen. Ich würde mich freuen, wenn es dir gefallen hat. Wir sind schon wieder am Ende mit dieser Folge. Subscribe unseren Kanal, erzähl uns weiter. Es würde mich wirklich freuen. Wir haben ja schon mittlerweile relativ viele Abonnenten und das macht wirklich Spaß. Ich hoffe, dass wir euch einen Mehrwert generieren und wir sehen uns nächste Woche bei der nächsten Folge Implantalk. Bis dahin, euer Dr. Stefan Helker. Auf Wiedersehen. Ciao.